Der Wasserstofftechnologieentwickler H.2, U-Technologies Inc. hat gerade bekannt gegeben, dass er eine überzeichnete Serie A Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen US-Dollar mit einer Reihe von führenden Energie- und Risikokapitalunternehmen abgeschlossen hat, angeführt von Jericho Energy Ventures, Freeflow Ventures, Volo Earth Ventures und Hess Corporation. Das Unternehmen entwickelt neue grüne H.2-Technologie in Form innovativer Elektrolyseur-Designs. H.2, U-Technologies hatte bereits 2021 eine erste Tranche der Serie A Finanzierung in Höhe von 7 Millionen US-Dollar aufgebracht, die auch von Jericho sowie Hess, Dolby Family Ventures und Modus Ventures geleitet wurde. Der Erlös aus der Transaktion wird für die innovativen Elektrolyseur-Designs von H.2, U-Sowie für die Beauftragung des Baus seiner proprietären Wasserstofftechnologie namens Catalyst Discovery Engine verwendet. Das CDE ist eine Million Mal schneller als herkömmliche Katalysator-Entdeckungsverfahren. Es wendet künstliche Intelligenz zur Identifizierung von PEM-Katalysatoren von Nicht-Platin-Gruppenmetallen an. Das Team wird von Dr. Nathan Lewis, dem leitenden wissenschaftlichen Berater von H.2, U- und Professor für Chemie am California Institute of Technology, geleitet. Die CDE-Wasserstofftechnologie wurde von mehr als 50 PHDS bei Caltech entwickelt. Die PHDS stammten alle vom Joint Center for Artificial Photosynthes bei Caltech und wurden mit 120 Millionen US-Dollar vom US-Energieministerium finanziert. Dr. Lewis und der Präsident und Chief Executive Officer von H.2, U, Mark McGough, leiten das Projekt, arbeiten jedoch mit einem erfahrenen Team zusammen, zu dem viele andere PHD-Experten gehören. H.2, U ist führend bei der Entwicklung von Technologien, die erforderlich sind, um die globale Energiewende voranzutreiben. Wir freuen uns über diese Investition, um die bemerkenswerte Innovation von H.2, U im Wasserstoffbereich weiter zu beschleunigen, sagte Tim Goodell, Executive Vice President und General Counsel von Hess. Die Identifizierung effizienter und erschwinglicher Katalysatoren für die Elektrolyse von grüner Wasserstofftechnologie wird von vielen als ein Schlüsselziel angesehen, um sicherzustellen, dass H.2 eine erschwingliche CO2-emissionsfreie Alternative zu fossilen Brennstoffen sein wird. Da die Nachfrage nach sauberem H.2 weiter wächst, steigt auch der Bedarf an Alternativen zu teuren Seltenerdmetallen zur Verwendung als Katalysatoren für die Elektrolyse. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfewnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN. Folgen Sie этой Geschichte und mehr auf HFN. Verpassen Sie zusammen. Verpassen Sie an den Weg. Verhängen Sie einfach mal auf HFN. Verrassen Sie das Gewicht. Verhängen Sie auch von der Anmerkung und an der Verständigung. Verhangen Sie auch von der Anmerkung Verhängen Sie damit aus HFN. Verhangen Sie da an. Verhängen Sie mit dem E-Book. Verhängen Sie die Justen die ondaalige K gjorde. Mit Unterprensjubstanzig, kamen Sie sich um die Türke und die Türke. werden Sie das erste K beechen Sie mit an.